Was geht mein lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Wir haben es tatsächlich wieder hinbekommen. Ein neues Gameplay-Video ist auf meinem Kanal online. Und wie ihr es wahrscheinlich von dem Titel erkennen könnt, geht es hierbei um eine Solo-Queue-Action. Ganz wilde Nummer, ich weiß. Ich habe mich aber letztens gefragt, du hast sehr lange Probleme damit gehabt, lange Dateien in Premiere zu importieren. Versuchst du es einfach mal. Guckst du, ob es klappt. Und siehe da, es hat wirklich funktioniert. Und das war der Moment, wo ich mir dann dachte, hmmm... Eigentlich könnte ich doch auch mal wieder Gameplay hochladen. Oder nicht? Ich meine, das ist das gewesen, womit ich mit YouTube angefangen habe. Also ich habe quasi mit Uncut-Gameplay angefangen. Einfach so ein bisschen nostalgisch. Und einfach auch aus dem Grund, dass ich selber ein bisschen mehr Spaß daran bekommen habe, Solo-Queue zu spielen. Dachte ich, warum nicht? Staffel 2, Episode 1. Also in diesem Sinne würde ich sagen, schnacken wir nicht allzu lange rum. Ich bin hier auf meinem dritten Account. I'm just trash. Was ja auch irgendwie stimmt, was ich auch bin. Ich habe hier noch keine Rank-Matches gespielt. Steht extra aus dem Grund, dass ich wirklich von Anfang an diese Episode durchführen kann. Eine Sache möchte ich euch noch ganz kurz zeigen. Viele Leute werden sich wahrscheinlich fragen, hä, wie hast du das denn gemacht überhaupt? Wundert euch nicht. Es war ein Rollercoaster von Emotionen und Gameplay. Also ich hatte Matches, wo ich selber gut gespielt habe. Ich hatte Matches, wo es nicht so gut lief. Aber tatsächlich zählt am Ende nur eine einzige Sache. Und zwar dieses Sexy-Stück. Ja, tatsächlich, ich war letzte Season Diamant. Und ich muss sagen, letzte Season war auch eine Season, die ich sehr, sehr, sehr enjoyed habe. Ranked auf dem Account hat letzte Season richtig geballert. Und ich dachte mir so, versuchst du es einfach diese Season nochmal. In diesem Sinne, meine Freunde, düppen wir mal in eine Runde Ranked rein. Starten unser allererstes Ranked-Match mit euch gemeinsam. Und gucken, wie diese Season denn so wird. Bevor wir beginnen, falls euch diese Folge gefällt, falls ihr mehr solche Videos sehen wollt, vergisst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Abonniert gerne diesen Channel und vergisst nicht, die Glocke zu aktivieren. Und es ist Outback geworden. Eine sehr, 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 sehr nice Map. Muss ich sagen, ist eine der Maps, die ich tatsächlich momentan zumindest mag. Let's see how it goes. Hello, guys. Thank you. Nice. Wir machen dann hier so ein bisschen. Dann kann ich hier in der Ecke schieben. Na, die schießen durch das Punchbowl, was der Rude gerade gemacht hat. Deswegen hoffe ich, dass ich da jetzt nicht sterbe. Was wäre unlucky? Ich setze sie einfach mal in der Ecke auf ganz entspannte Brunnerbasis. Ah, schieb gerne. Look dead. I'm sorry, but just watch a killcam. You watch a killcam? I'm sorry, man. I was shooting the clock on the wall. I'm sorry. I'm sorry. Woher wusste sie, dass ich da bin? Ich dachte, sie wird wegrennen. Deswegen habe ich gepiekt. Das war falsch von mir. Ich hätte gar nicht peaken müssen, nigga. Aber woher wusste sie, dass ich genau da bin? War das Timing? I don't know. Sie können das meinen, sie wollte durchrennen. Deswegen will sie peaken. Look on the garage stairs. Sophia coming up on the stairs. Guck mal, ein Glimpse auf Intel, was ich sehe. That's right. Coming up garage stairs. On the stairs. Top stairs, watch out. That's right. Ah, das war super optimal. Ich hätte vielleicht nicht roben müssen. Ah, das war super optimal. Oh, wir haben schon drei Roamer. Wait, the one is outside. Hey, on the door. She's crouch walking. Is he in you? Watch out. Dumping, dumping. Swapping mechs. Garage, garage, garage. Dropdown. Where is the dropdown? Where? Okay, dumping, dumping. Bop, bop. Bop, garage. Yeah. Where is the last one? There is another one garage. One friendly operator remaining. One on four remaining. Yeah, no, no. She jumped there. She wasn't that short. Was she inside? Yeah, I see four. Oh, no, no. He's flashing. I thought it was a Nomad. Cancelville, du nummer. Bruh. Sie hat mein TV nicht gehört. Uff. Uff. Hm. Wir müssen die Drohne save. Also ich werde sehr wahrscheinlich wieder versuchen, so wie es immer wache. Ganz klassisch. Über domes zu pushen. Sophia, wait, I'm droning. Give me one second. Ah, there was the Muzzy Trap, sorry. My drone is stuck on the stairs. I'm droning, I'm droning. I'm droning, I'll give you one second. I have another drone. The bathroom is clear. Dock's in the hallway. Dock's in the hallway. Come back, bro. I'll cover your face. Dock's in the hallway. Dock's in the hallway. Two guys' in the hallway. Two guys' in the hallway. Only one in the hallway. One is close right on you, Sophia. In the hallway. Nein, ich wusste nicht, dass der Bandadour ist. Der Liegen ist rausgekommt. Das habe ich gehört. Oh, das haben wir richtig los gemacht. Ah, das war ein falschen Zick, den ich hatte. Ich habe vorhin und auch schon seit Tagen mache ich Tests, um zu gucken, mit welchen Einstellungen ich am besten und problemlos aufnehmen kann. Und ich habe, bevor ich jetzt diese Aufnahme mache, habe ich, glaube ich, ungefähr zwei Stunden damit verbracht, wieder ungefähr zu versuchen, die perfekten Einstellungen zu finden. Da war alles in Ordnung. Ich hatte keine Frame Drops, kein nichts, alles war entspannt. Und jetzt, während ich Aufnahme, sagt der Kollege mir einfach, Bro, irgendwas läuft hier nicht. So, willst du mich hops nehmen? Doch, vorher alles überprüft, war doch alles in Ordnung. Ich habe hier mit dem Roman für den Flank. Für den Kassel gehe ich auch mit rein. See you on the other side. Oh, die haben beide hier, das ist nicht gut, Digga. Wer ist on the side? Digga, electrical jigger. Oh mein Gott. Jo, wie spielen die, ich verstehe das nicht. Alle am Raum, keine on side. Ich nehme jetzt einfach mal einen Fragger mit. Ich habe noch nicht mal irgendjemanden. Ich hätte sehr gerne IQ oder S gespielt. LMG oder IQ ist Waffe. Ach, S-Waffe. Also FEC. Aber ich habe beide nicht. Deswegen bin ich gerade komplett lost. Ich gehe in Elektro. Wait, maybe we can push together. Original on the stairs, on the shark stairs still. Original on the shark stairs. She's still on the stairs. IQ's still on the stairs. Still on the stairs. Good job, I played. Good job, I played. Where was bandit? In games? Trong's on the fling. Ja, machen wir einfach ein bisschen Ohm-Stress. One shot, one shot. I know, I know, jigger. He's in garage, he's in garage. Ach, ich wusste nicht, dass er schon ein Garage ist. Jesus Christus. Full HP. Last one, garage. You can't make a plant. Nice try. Ah, ey. Das Ding hätten wir echt easy haben können. Das erste Game zu verlieren. Schade, hätten wir echt easy haben können. Aber gut, naja. Das erste Match sollen wir anscheinend also verlieren. Können wir nicht ändern. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Wenn euch das Video gefallen hat, wie gesagt, vergiss nicht, dem einen Daumen nach oben zu geben. Abonniert den Kanal. Und vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren. In diesem Sinne, macht's gut, meine lieben Friends. Stay fresh. Bis dann. Bye, bye. Bis dann. Bis dann. Bis dann.